die Städte Blanzen ja 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 so gehört also jetzt sagen ich hätte gar nicht in der Klinik Leck mich echt Du Arsch Du Arschloch Du verfickter Hurensohn Du scheiß Bumstyp Arschverficktes Loopschwein Du dummes Arschloch Hier muss ich ja schon meine Lieblingsleute anwenden Das geht ja gar nicht War klar Das geht ja gar nicht Das ich bei dir meine Lieblingsleute anwenden muss Das ist ja schlimm So So Okay es ist ja bitte 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 Es geht weiter Nein 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 Leck mich Hurensohn Gut Kannst noch retten Rewind for the win Lava for the loose Machst du da Hohringe in einer Höhle voller Lava Ergeben keinen Sinn Lava Ich sage das Spiel Sinn ergibt Und das jetzt ist es Slot 99 ausgewählt hat Lava Du willst es ja nicht anders Also spring nicht auf dir hoch Nein Moment mal ich bin jetzt genau wieder da wo ich vorher Was Was soll das Was hat mir das gebracht Gar nichts Was soll das Was soll das Ziele streben in irgendeine Richtung laufen und bringen uns dann wieder zum Anfang zurück Ist ja lustig Fick dich du Hure Unser Name Was ein Mist ist das bitte Was soll der Scheiß Das geht ja auch nicht lang Haben wir ja gesehen So verstehe ich das nicht Verstehe ich was der Hurensohn von mir will Ich will es aber verstehen Ich will verstehen was ein Hurensohn in einer Lava Höhle zu suchen hat Interessiert mich nämlich auch Ja wenn ich jetzt hier durchgehe Dann bin ich wieder am Anfang Ich kapier's nicht Oh jetzt kann man gar nicht mehr durch Ist ja lustig Anleveln was gar nicht Was gar nicht weitergeht Ach wie lustig Ja ist super Ach jetzt geht er doch einmal Deine Mutter ist auch doof Ich kann ja mich jetzt noch tausendmal machen Kommt immer eh immer wieder Was soll ich jetzt schon Wenn mich das Yoshi einfach mal verschwinden will Weil Yoshi mich langsam auch ein bisschen ankotzt Bisschen viel Weil Yoshi einfach mal wie immer das macht was ich genau nicht will Weil Yoshi noch von der Hure ist Yoshi dieses kleine Baby Haut ab bei jedem Mist Hallo mich interessiert wie dieses Level funktioniert Oder funktionieren will Da geht es nicht weiter Da müssen wir diese Blöcke deaktivieren Es gibt aber keinen Schalter Was soll der Mist Muss halt hier bitte ein Schalter sein Zurück nach oben können wir ja auch nicht Da gab es aber auch keinen Schalter Wir sind in einem Endloskreis angekommen Super Leute schreibt in den Kommentaren oder sonst wo Keine Ahnung wie dieser Scheiß gehen soll Solange bin ich nicht mehr weiß Sag ich einfach mal Dass das hier irgendwie nur eine Demo war und die Demo hiermit beendet ist Weil der Autor keine Ideen mehr hatte oder so Keine Ahnung Also bis halt zum nächsten Let's play